Ja, liebe Zocker-Launcher, da sind wir wieder bei den Siedlern 3 und heute steht Amazon-Kampagne Nummer 6 dran in diesem Sinne. Viel Spaß. Penthesileas Vormarsch war also nicht gestoppt worden. Allerdings hatten, während ihre Aufmerksamkeit ganz den Asiaten Shius gewidmet war, Römer und Ägypter eine weitere Insel besiedelt und nur noch einen Landstrich übrig gelassen, in dem es lediglich kläglich geringe Vorkommen von Eisen und Kohle gab. Doch Konkürer ließ dies nicht gelten. Entweder die Männer wurden überall vertrieben oder ihr Sieg war nicht komplett. Also gingen die Amazonen ans Werk. Diesmal war ich wirklich gespannt, wie sie diese Aufgabe lösen würden. Produzieren sie 30 Soldaten des höchsten Ranges mit einer Kampfkraft von 100 Prozent. Das ist wieder eine Verteidigungsmission. Okay, Tipps und Tricks. Eisen und Kohle müssen zwar ihnen gehören, um Waffen zu schmieden, aber das heißt ja nicht, dass sie diese auch produzieren müssen. Hä? Okay. Beim Gold für die Kampfkraft kann ihnen der Alchemist weiterhelfen. Okay, also ich werde Laboratorium und Diamanten und Schwefel brauchen. Okay, und wir wahrscheinlich kein Gold haben. Verstehe ich. Wenn es ihnen gelingt, die schmalen Übergänge zum Rest der Insel zu besetzen, können sie sich viel besser verteidigen. Okay. Dann, dann, dann. Wow, haben wir volle Lager? Ähm. Okay. Wisst ihr was? Fangt doch mal an, Mädels. Baut mir ein mittleres Wohnhaus. Und dann rekrutiert mir gleich mal Pioniere, die hier anfangen. Und macht nochmal fünf, die hier anfangen. Und dann entfernen wir erstmal... Oh, da ist er. Ey, Türme, Blitzen. Ich entscheide jetzt einfach mal, dass ich den da oben behalte. Na? So. Hätten wir das, dann. Einen Holzfäller. Jetzt allgemeine Holzproduktion könnten wir mal hier probieren. Ähm. Ähm. Und dies war es jetzt mal früher das Sägewerk. Forsthaus. Holzfäller. Supi. Kann ich nicht mehr andrücken. Wir haben hier schon ein Laboratorium. Okay. Dann hätte ich jetzt mal gerne fünf Geologen. Und davon schicken wir zwei hier hin. Einen hier hin. Einen. Hier hin. Und... Vielleicht hier irgendwo noch einen. Und dann möchte man natürlich auch Steine abbauen. So. Eins. Können wir vielleicht auch gleich zwei setzen. Gut. Gut. Hier haben wir noch Ritter stehen. Und dann könnten wir eigentlich auch mal hergehen und ein bisschen erforschen. Oh. Und hier ist schon gelb. Interessant. Sehr interessant. Jetzt setzen wir hier noch einen Aussichtsturm hin. Wird fertig. Wunderprächtig. Oh. Und das habe ich vielleicht gar nicht so gut gesetzt. Scheiß drauf. Sei es drum. Als nächstes dann machen wir hier einen Holzfäller hin. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich genug Werkzeug habe, gell? Okay. Zwei Sägen habe ich auf jeden Fall. Dann nutzen wir die auch. So. Und ihr macht euch Gedanken über das nächste Wohnhaus. Hier hätten wir ein bisschen Kohle. Da oben auch Kohle vielleicht. Da eher so nix. Oh, was ist das hier? Habe ich eigentlich keinen darunter geschickt. Also hier geht es rüber, definitiv. Okay. Ihr macht das schon gut hier mit dem Berg hier drüben. Dann bräuchten wir eigentlich nochmal fünf. Holen wir uns auch. Und ihr fangt hier oben an. Halt. Okay. Und jetzt müsstet ihr halt auch mal was bauen. Aber das sieht gut aus hier unten. Und sonst. Ist das jetzt bergtechnisch nicht so pralle? Das war ja fast zu erwarten. Die Lager müssen wir eigentlich gleich für Gold reservieren. Nicht, dass ihr da wieder nachher wieder irgendwas anderes reintut. Ich gehe ja mal davon aus, dass die leer werden. Aber schon ziemlich bescheiden, ne? Was soll man hier noch stehen? Oh, noch ein Geologe. Sonst noch irgendwelche? Was zur Hölle bist du? Hallo? Bist du ein Dieb? Ja. Bist ein Dieb. Okay. Dann kannst ja du mal da runterlatschen. Hier noch irgendwelche? No. Jetzt nicht mehr. Okay, Holzproduktion 1 steht. Äh, die beiden Steinmetze werden... Ah, der nicht. Und irgendwie habe ich nur... Ah, okay. Da ist ein bisschen Schwefel. Und hier oben. Und hier sind Diamanten. Okay, es ist also... ...wirklich so. Und eigentlich müsste ich irgendwie hier auch noch expandieren, ne? Krasse Scheiße. Wie ich halt jetzt schon wieder kein Holz habe. Das ist doch kacke. Gut, dann machen wir halt Spion-Action. Was soll's? Komm, lauf du mal hier runter. Wir nehmen jetzt halt den Berg noch ein. Das ist bestimmt ein Spion hier. Den können wir eigentlich gerade mal... Tja, jetzt geht er wieder. Okay, fehlt euch auch Steine? Nein. Also dann ist der nicht so wichtig. Dann guckt, dass ihr... ...brio-mäßig... Ja, komm, dass der das hier fertig baut. Sonst habe ich nämlich bald ein Problem. Jetzt gehst du mal hier hin. Und du gehst da drüben hin. Machst hier weiter. Hat er jetzt hier seine... Ah, ne, halt. Blütze. Das sind meine Pioniere. Okay, so weit, so gut. Da werden auch nochmal Diamanten. Alles klar. Und hier jetzt auch was fertig. Okay. Ne, passt. Es kam übrigens wieder ein Patch raus für Siedler 3, für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Wo ist die Spielzeit? Da, unten rechts. Ähm. Heißt, dass... ...der Karten-Editor jetzt endlich wieder drin ist. Hat er nur ein halbes Jahr gedauert. Aber er ist wieder da. Geändert hat sich leider nicht so viel. Ist, glaube ich, eins zu eins der gleiche. Aber er sollte jetzt besser unter Windows 10 laufen. Immerhin. So. Ich hab echt gar kein Holz mehr, ne? Shit, ey. Was haben wir denn noch Äxte? Der ist fertig. Also, wir haben wahrscheinlich noch eine Axt. Dann bauen wir hier unten noch einen Holzfäller hin. Ich glaube, ich könnte den Platz später brauchen. Nur so geraten. Check du mal hier weiter. Check du mal da weiter. Check du mal da weiter. Komm, guck, dass ihr mir einfach den ganzen Berg mal einnehmt. Ich könnte ja mal... ...Wien setzen. Edelsteine. Vielleicht mal so zwei. Kohle. Also, geiler Platz ist anders. Shit. Kann ich jetzt die nicht stoppen hier? Okay, aber da haben wir aber auch schon ordentlich Schwefel. Das ist gut. Und hier ist auch ein bisschen Eisen. Betonung auf ein bisschen. Hallo, bleibt ihr jetzt bitte hier? So. Edel, 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 edelsteine. Wäre dann hier noch ein Platz? Stop. Und dann können wir eigentlich auch gleich Schwefel setzen. Krass, ey. Ich spiele Siedler und brauche mal Schwefel. Dass ich das noch erleben darf. Hashtag Siedler 4 Spieler. Da kommen noch mehr Diamanten. Alles klar. Und hier genauso. Brauch stoppen. Dann sind wir eigentlich... ...hier durch, ne? ...vieh Kohle. Ja. Dann geh du mal da runter. Und dann geh du mal da runter. Helfen. Und was das hier wird, keine Ahnung. Irgendwo muss ja noch der andere Gegner sein. Schwefelminen haben wir zwei gesetzt. Da machen wir vielleicht auch noch eine dritte. Boom. Und auch Stop. So. Habt ihr jetzt hier mal vielleicht... ...mal wieder was gebaut? So. Da können wir auch eine... ...Ellsteinmine gleich vorbereiten. Okay. Ja, komm. Oh, die Kohle-Mine ist jetzt auch egal. Brauchen wir eh gleich. Was haben wir denn hier noch stehen? Hier haben wir noch ein Laboratorium. Also ist das... Ja. Gut. Und dann kriege ich ja dann da Eisen und... ...oder Gold. Kapiert. Das heißt, wir bauen... Tja, wie macht man denn das? Hier unten? Vielleicht doch eine Eisenschmelze. Und Mana müssen wir ja auch produzieren. Ja. Wir müssen einfach auch noch ein bisschen expandieren. Und keine Ahnung, ob ich das jetzt hier noch weiter treiben muss. Okay. Komm, macht mal hier weiter. Und ihr lasst es jetzt auch mal sein. Und macht auch mal... Hilft mal hier mit. Da ist wieder Schwefel... Ja, ja, okay. Also ich verstehe schon, was die Mission gedacht ist. So Leute wie ich, die bisher mit diesem Laboratorium nichts anfangen konnten. Hier musst du es benutzen. Warum nicht? Okay. Wo werde ich angegriffen? Hier, mach die unten weiter. Genauso wie du. Hier oben haben wir alles abgecheckt. Hier. Das kannst du mal auffrischen. Hier geht auch gleich hier runter. So, haben wir ein bisschen Holz? Nö. Nö. Haben wir noch eine Säge oder sowas? Nö. Gut. Und halt nicht. So. Eisenschmelze. Batz. Werkzeugschmiede. Patz. Und eine Waffenschmiede bauen wir auch gleich. Und vielleicht zimmert ihr mir dann ja noch den Holzfäller zusammen. Macht er aber, glaube ich, eh, ne? So viel habe ich ja gar nicht im Bau. So, ihr habt Spaß hier unten. Okay. Wohnhaus ist fertig. Wichtig. Gehen wir auch gleich das nächste an. Und eigentlich sollte ich mir Gedanken um Nahrungsprodukte. Was haben wir denn angeln? Drei. Fangen wir doch so an. Gold wird es eh keins geben. Dann können wir den Fisch auch ganz gut verteilen. Eins. Gut. Hat sich gleich erledigt. Okay. Und Fisch. Verteilt's halt, ne? Macht was draus. Haben wir noch ne Axt? Zwei. Das heißt, ich kann noch irgendwo nen Holzfäller hin machen. Die Frage ist nur, brauche ich's? Hallo, Spionskollege. Wie geht's dir? Wir könnten hier... Okay. Wir könnten, wir wollen aber nicht. Und wir könnten hier unten noch ein bisschen Kohlen. 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 Was weiß ich, was ich grad sagen wollte. Ja, du findest keine Bäume mehr. Das hab ich irgendwie kommen sehen. Ist halt so. Musst halt kurz warten. Die wachsen ja wieder nach. Um dich rum. Denn du hast deinen privaten Förster. Also chill dein Leben. Wo willst denn du hin? Komm. Ihr sollt da unten arbeiten. Okay, dann könnten wir doch jetzt auch mal eine Diamantenmine bauen. Und vielleicht mal die erste Schwefe. Dann tut sich da auch mal was. Eine Lager ist auch leer. Das ist gut. Und hier unten haben wir ein bisschen... Ein bisschen Eisen, ja. Immerhin. Wir rennten da immer in den Selbstmord. Was ist nur los mit euch? So. Was können wir denn... Drei, die Farmen. Drei Stück. Bisschen unschlüssig. Wohin damit? Aber ich glaub, wir machen uns hier einfach ein bisschen Platz. So. Und die dritte, die bauen wir auch gleich. Die machen wir irgendwo hier hin. Dann ist das Thema auch durch. Und dann setzen wir noch ein Wasserwerk hier hin. Und ein Wasserwerk hier unten hin. Dann ist das Thema auch durch. Und noch ein mittleres Wohnhaus. Gut. Lecker. Mühle. Okay. Optimaler geht anders, weiß ich. Alter, da liegen... Da liegen Waffen. Sind die Klauen? Wie funktioniert denn das in Siedler 3? Geil. Schmeißt du die jetzt da wieder hin? Ne, du hast sie. Also dann bring sie auf mein Land. Und wir rekrutieren natürlich jetzt Diebe. Auf geht's. Cool. Zufall. Ähm, weiter. Also, wir brauchen mehr Minen. Ähm. Was macht ihr da? Okay, da kommt man also auch durch. Wääh. Der ist zum Thema gut verteidigen. Von Arsch. Hab hier aber genug eingenommen. So. Okay, Edelsteine haben wir. Kohle haben wir ein bisschen. Schwefel wird auch fertig. Hier noch eine Kohle-Mine. Da wird eine Eisen-Mine gebaut. Habe ich nicht noch eine zweite gerade gesetzt? Habe ich gedacht. Oh. Wir spitzhacken haben wir denn. Noch zwei. Okay. Ich weiß gar nicht, welche Nahrung die bevorzugen. Die Schwefel und die. Brot? Was ist das? Ihr nehmt nur Brot. Sehe ich das richtig? Ihr nehmt alles? Aha. Jetzt fehlt mir schon ein Hammer. Oh, 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 oh. So. Wir haben hier unten noch ein bisschen Berg. Okay. Mädels. Genauso wie du hier gerne noch ein bisschen. Und hier war bestimmt auch noch irgendwo einer. Genau. Eine Kaserne habe ich noch gar nicht. Darf dann hier oben dazu. Mir vielleicht noch einen Holzfäller, das hier schön Platz gibt. Und so weiter und so weiter. Klasse, das Wunders wird auch fertig. Der erste Fischer auch. Gut. Es tut sich nicht viel, aber es tut sich was. Und das hat ja super geklappt. Hier ist das Schwert. Gefällt mir. Und ihr lauft sogar direkt selber zurück. Halt. Hey, was wollten ihr immer da hinten? Na. Na. Ja, ich weiß nicht. Tja, Eisenhammer keins. Aber hoffentlich noch eine Spitzhacke. Da liegen aber noch zwei. Wird schon. Du arbeitest offensichtlich auch schon ein bisschen. Was macht denn meine Angriffstelle? Vor allem, ich brauche Mana. Da müssen wir noch eine ganze Ecke größer werden. Hier auch noch voll viel Schwefel. Da drüben nur Diamanten. Man könnte ein Muster erkennen. Und jetzt kriege ich tatsächlich schon... Cool. Gold. Geht doch. Ich meine eigentlichen Stichsteine hier weg. Gar nicht erst mal. Oh Mann. Okay. Wo und du und so? Mach halt du erst mal hier oben. Hier bringt direkt das Eisen hoch. Das ist gut. Werkzeugschmiede kann arbeiten. Dann müsste es hier auch einen Hammer geben. So, drüben ist fertig. Ach gut. So. Hier lagen doch noch irgendwo Bögen. Lauf zurück. Ja klar hier. Da liegen Späre. Lauf zurück. Ist ja lustig. Schnell bevor der Blaue kommt. Holt die Bögen ist ja fast noch besser. Jetzt latscht ihr wieder da hinten rum. Geil, erster Goldbarren. Ohne Gold. Ohne Gold. Also im Lager. Da liegen ja noch ein paar. Ey, die verliert ja alles unterwegs. So. Fische kriegen wir auch. Holt nur keiner ab. Why? Da oben ja schon. Okay, das zum Hammer. Dann halt nochmal. Ist der dann... Ja klar. Weiter, weiter, weiter. Mils. Kommt schon. Wie schaut's hier unten aus? Gibt's ein bisschen Eisen? Haben wir noch... Jetzt haben wir keine Spitzhacke mehr. Also ich brauch hier wahrscheinlich schon... Kann ich schon einen in den Bau geben? So, was haben wir hier noch? Eine Kohle-Mine. Die könnte man dann auch mal in den Bau geben. Dann noch eine Spitzhacke und weiter. Wo ist eigentlich mein Brillenputztuch? Irgendwie sehe ich nichts. Wie, du hast eine Brille. Wie, du hast eine Brille. Ja. Ich bin halt auch schon ein bisschen älter. Und ich klau mir hier Waffen. Lustig. Also, liebe Zocker-Launcher, das war die erste Folge. In diesem Sinne, haut rein. Wir sehen uns in der nächsten... Tschau.